Musik So, Prostin vor Ende, äh, vor Ende, zu Ende Hallo? Bist du jetzt? Bist du wegst für dich? Ah, jetzt, okay Ähm, ja, Zettel haben wir scheinbar ab jetzt keine mehr Meine Hände sind schon wieder schwitzig Das ist auch nicht schön, wie unterbinde ich das? Das ist nicht nice Okay Wir sind jetzt in schimmeligen Marmorräumen Äh, nicht hübsch In deine Richtung 6- Unterricht bitte verlassen Ah Ah Bisschen hoch und tief, dieser Raum Ach, scheiße Ich hab wieder nen, 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 nen Lauf doch Nen Gast Lauf, 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 lauf Lauf, 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 lauf 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 Lauf, 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 doch Lauf! Keine Zeit mich um... Nein! Gut, dass die alle gleich aufgebaut sind. Da kann ich mich gar nicht verlaufen. Hoffentlich haben wir es gleich abgehängt. Was auch immer das ist, ey. Ich habe gar keine Zeit, mich umzugucken. Was? Was war das denn jetzt für ein Raum? Der sei... Ja, sozial. Ich glaube, es ist weg. Auf mir trotzdem noch ein bisschen nicht, dass es hier wieder auftaucht oder so. Es ist wieder da. Ich höre schon. Es kommt gleich. Ey. Ey, Fittestudio brauchst du nicht. Du zuckst hier so zusammen. Die hatten wir schon. Das sind die gleichen wie eben. Also, Fittestudio brauchst du nicht. Du zuckst hier immer wieder so zusammen, dass du deine kompletten Muskeln im ganzen Körper anspannst. Hallo? 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 Was sind das denn jetzt für Räume? Lockt. Äh. 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 Baby. Hallo? Scheiße. Hallo? Was ist das denn für Räume? Äh. 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 Hallo? Ich dachte, ihr wollt gerne einen Zettel mehr hinterlassen. Was? Äh. 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 Nein. Sie müssen mich verarschen. Äh. Aber hier war doch keine Tür. Wir sitzen in der Falle. Äh. Bin ich doof? Hallo? Tür? Ist ob wir irgendwas irgendwie in den Rohren. Hier ist lockt. Da ist lockt. Und da können wir auch nicht durch. Habe ich was falsch gemacht? Ich verstehe jetzt gerade nicht, was hier los ist. Was hier los? Hallo? Kannst du mir das erklären? Hallo, Herr. Äh. Ich sehe nach Fleisch aus. Geschmolze Schokolade oder so. Kannst du mir das erklären? Kann mir irgendwer erklären, was ich hier der Ausgang ist? Hallo? Bisschen Blut. Lauf mal durch. Aber nicht schon. Super. Hallo? 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 Hä? Hä? Oh. Ja, die Karte hätte ich ja von Anfang an irgendwie sehen können. Oder auch nicht. Fuck. Jetzt ist doch noch so ein... Scheiße. Experiment hinter uns her, oder was? Alter. Also, ähm... Wenn ihr sowas jetzt nicht mal mit Facecam sehen wollt, ne? Dann sagt mir vorher Bescheid. Alter, diese Löcher an der Decke, ne? Boah, ich... Boah, ich... Das sind schon wieder so, so... Oh. Was haben diese Löcher da zu bedeuten? Ich ahne... Ich ahne, ich ahne echt schlimm ist, dass jetzt nämlich jeden Moment dieses Subjekt 5 auftaucht und unsere Sohlen haben will. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh. Alter, ey. Oh, ein brennendes Haus. Ja, das sieht aus wie Spookys Haus, ne? Wo wir hier so gerade dringend spazieren sind. Meine Hände, meine Fresse, ey. Ah. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Können wir ausmachen, bitte. Jetzt setzt die blöde Musik schon wieder ein. Jetzt nehmen wir noch die gleichen. Ich will andere Spiele haben. Gibt es hier noch andere Spiele? Ah. Ne, wir haben diesmal keinen 88 Raum erreicht. Das ist einfach nur so. Gehen wir da lang. Kann das nicht haben, wenn ich direkt so spawnen und in die Wand reinschaue? Du bist bestimmt der mit dem Weinen, ne? Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Du bist nur im falschen Fahrstuhl. Du wolltest eben schon nicht mehr weitergehen. Das war vor 50 Räumen, mein Junge. Aber du hast einen sweeten Hut. Darf ich die haben? Gib mir den Hut. Gib mir den Hut! Nein? Schade. Aber Hauptsache, die Katze ist wieder da. Du bist unser bester Freund in dieser Scheiße hier. Holst du uns hier raus? Hey, kennst du einen Ausweg? Hallo? Gibt es hier einen Ausweg? Ich glaube, diese Katze ist nicht sonderlich gesprächig. Was? GL? G-G-Glebs. Du bist so blöd. Die GL-Labore. Huh. Huh. Ich glaube nicht, ob wir da so unbedingt hinwollen. Hallo? Ein bisschen machen wir noch weiter. 50 Räume werden wir wohl noch schaffen. Hoffe ich. Ah, meine Hände. Die machen mich echt fertig. Okay, in den nächsten 50, also in den Raum 200 machen wir aus. Dann brauche ich Pause. Dann machen wir eine Katze und die Folge ist zu Ende. Ha. Wobei das ja bestimmt eigentlich schon zwei Folgen sind, so lang wie das ist. Da war ich drauf vorbereitet. Glaube ich. Irgendwie. Ihr hört das jetzt teilweise gar nicht, wenn ich mich erschrecke, weil ich nicht so groß rumquietsche. Oh, es ist wieder hinter mir her. Lauf! Es ist wieder hinter mir her. Oh nein! Nein, 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 nein Oh, was bist du denn für eine Scheiße? Lauf doch! Lauf doch! Tod und Verderben. Warum muss das gerichtet jetzt nicht der Weg geändert haben? Komm, wir gehen jetzt hier lang. Der war gerade richtig. Dann würde er jetzt bestimmt auch wieder richtig sein. Sie ist direkt hinter uns. Ich höre es. Ich höre es. Lauf, 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 lauf. Oh, hier ist schon wieder so ein Vortragsraum. Wo haben wir die Taschenlampe her? Warum sind wir in deiner Schule? Warum hatten wir die Taschenlampe eben nicht? Böses Spiel! Böses Spiel! Böse! Wie weit können wir hier durchlaufen? Ah, hier. Können wir die Türen dann nicht aufmachen? Ah, doch. Die können wir wohl aufmachen. Äh, could it really be... Okay. Finden wir hier noch mehr Sachen über Spooky raus, die wir bürsten sollten? Zum Beispiel, dass sie böse ist und böse Experimente in ihrem Keller macht. Äh, das ist nicht cool! Das ist gar nicht cool! Nicht! Au! Das sind noch viele Uncoole. Da steht noch so ein Scheißbalk. Da steht so ein Scheißbalk. Da scheint wer Anime-Fan zu sein. Nicht! Cool! Böse Geister, Kinder, die einen schlagen! Sind die auch so wieder so Kackplagen? Ja, da sind zwei Kackplagen, drei Kackplagen. Aber hier in dem Raum ist nichts. Gehen wir wieder raus. Diese Spiele macht mich echt fertig. Kackplagen. Hier sind keine Kackplagen. Das konnte ich nicht lesen. Dies auch nicht. Dies doof. Gehen wir raus. Lockt. Dann halt nicht. Okay, gehen wir weiter. Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Ah. Da ist wieder was mit uns her. Lauf doch! Also das, 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 das... Ingame-Ich ist ja echt eine lahme Kröte, ey. Oh. Alter, warte, ey. Schwitzen, Herzinfekte, ey. Was ist noch? Kann der nicht mein Ende nehmen hier? Noch 20 Räume. Dann müsste ein Fahrstuhl kommen. 19. 18. 17. Ich hasse diese Räume. 17. 17. Wie lange hier nicht so, so, so ein Kackgeist wieder hinter uns her ist. Ist alles gut. Oh, Mann, ey. Da ist so einer! Ah! Scheiße! Geh weg! Oh, wieso bist du denn hinter uns her? Wir haben dir gar nichts getan. Alter. Verpiss dich! Sind die jetzt immer in den Räumen drin? Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass die hier drin sind. Fuck, ey. Oh, Herzinfarkt. Also, vielleicht sollte ich mal das alles mit einem Pulsmesser aufnehmen, ey. Das wäre, das wäre bestimmt interessant. Soll ich das mal machen? Ich glaube, ich mache das mal. Also, zum nächsten Mal gucke ich, ob ich irgendwo so ein Pulsmissgerät finde, was man an den PC anschließen kann. Das ist bestimmt voll die nice Idee. Oh, wann kann der nächste Fahrstuhl bitte kommen? Noch acht Räume. Oh. Oh, ich sterbe fast. Oh. Auch schon wieder so ein Gehirnraum? Willst du mich verarschen? Wie viele Gehirne haben die denn hier? Oh. Oh, Mann, ey. Sprinte, mein Baby. Sprinte. Oh. Alter. Ah. Immer noch keine neuen Spiele da. Kauf mal neue. Immer noch die gleichen. Kauf neue Spiele. Ah. Ah. Also, mir ist gerade selber aufgefallen, dass ich mir in den Räumen gar nicht mehr umgucke. Ich renne einfach nur noch durch. Da ist wieder irgendwas hinter mir her. Ich... Ich... Ich rieche es doch. Dass es hinter mir her ist. Warum wird die Musik auf einmal so freundlich? Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Nein. Nein, 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 nein. Lauf doch, lauf doch, lauf doch, lauf doch. Lauf doch. Lauf, schneller. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Ah, ah, ah. Kommst du hier rein? Ah. Boah, gut, dass wir das Spiel jetzt ausmachen. So, mein du Wolfis. Das war's fürs Erste. Bis zum nächsten Mal. Weil ich nicht im Herzen verstorben bin.